Surah 114, En-Nas, die Menschen, offenbart zu Mekka 6 Ayat, im Namen Allahs des Al-Abarmas des Barmherzigen, sprich, ich nehme meine Zuflucht zum Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen, vor dem Übel des Einflüsterers, der entweicht und wiederkehrt, der den Menschen in die Brust einflüstert, sei dieser von den Jinn oder den Menschen.